Der Herr gibt uns so viel, dass es schwierig ist, das alles für uns selbst zu behalten. Wenn wir das alles für uns behalten würden, würden wir explodieren. Deswegen wollen wir es mitteilen, wir wollen das Wort der Wahrheit austeilen. Die meisten von uns wissen gar nicht, was sie oder wir bereits haben alles. Wir müssen erst mal entdecken, was wir haben. Denn dieser Schatz, der ist so groß, wenn ihr euch mal einen Schatz vorstellen könnt, mit Juwelen und Brillanten und Gold, dann suchen wir uns nur die kleinen Dinge heraus und wir wissen nicht, dass uns der ganze Schatz gehört. Wir wissen, dass wir der Schatz sind. Wenn wir jetzt der Schatz sind, was für eine Art Schatz sind wir? Wir müssen ein größeres Schatz sein, als wir uns bisher vorstellen konnten. Und darum geht es heute. Wir haben viele Gebundenheiten oder Bindungen, die die Religion uns gegeben hat. Und die müssen wir jetzt loslassen, auseinanderbinden. Seid ihr bereit? Wir haben hier eine Geschichte, Lukas 13, Vers 16. Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, Sie ist es. Wir wollen erst mal hier aufhören. Niemand achtet auf diese paar Worte. Jesus hat oft mit den Pharisäern gesprochen und die sagten, wir sind Kinder Abrahams. Aber Jesus sagt, ihr seid die Kinder des Teufels. Er war der erste Lügner und der erste Mörder. Und dann dreht er sich zu einer anderen Gruppe von Juden, die an ihn glauben. Und zu denen sagt er etwas anderes. Ich weiß, dass ihr Kinder Abrahams seid. Einigen ist es gegeben, anderen ist es nicht gegeben. Und das ist das Geheimnis des Lebens. Und Jesus sagte, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Königreiches zu verstehen. Aber zu den anderen muss ich in Gleichnissen reden. Und zu anderen rede ich in noch größeren Geheimnissen. Und die sehen, aber sie können nichts empfangen. Damit sie nicht zu mir kommen und ich sie heilen könnte. Und die Frage ist, warum möchte Jesus sie nicht heilen? Weil sie nicht sein Schatz sind. Das ist das Geheimnis der Heilung. Es gibt Menschen, die tragen den Zorn Gottes auf sich und einige tragen die Gunst Gottes auf sich. Ich bin begünstigt. Gott hat seine Gunst auf mich gelegt. Hat er seine Gunst auf dich gelegt? Natürlich. Wir sind zusammen hier. Er lächelt auf dich. Du fühlst vielleicht nichts. Du musst einfach die Tatsache als normale Tatsache akzeptieren, dass es so ist. Du darfst dich nicht schlecht fühlen deswegen, weil du es noch nicht geschafft hast oder noch nicht angekommen bist. Erfreue dich einfach an der Gunst Gottes. Und die Gunst Gottes bedeutet Gnade. Und Gnade ist Raum. Und Raum bedeutet Freiheit. Alles ist wie eine Kette miteinander verbunden. Während Jesus Christus ist, für den gibt es keine Verdammnis, keine Selbstverdammnis, überhaupt keine Verdammnis. Vielleicht könnte ich diese Dinge nicht beurteilen, wenn ich etwas nicht erleben habe. Wenn ich nicht lehren, wenn ich nicht selbst etwas erfahren hätte. Als ich durch diese Buße in Jerusalem ging, hat mir der Herr in der weiten Vergangenheit etwas gezeigt. Dass an meiner Vaterlinie eine große Waffe von Gott fiel, weil sie ihre Brücke auf Gott gelegt haben. Das hat mir gezeigt, dass in der Linie meines Vaters ein großer Zorn auf diese Linie fiel, weil sie Gott den Rücken zugekehrt hatten. Später hatte ich einen Traum. Einige Träume vergisst man und an einige erinnere ich mich und an die man sich erinnert, das sind die vom Herrn. Als ich aufwachte, erkannte ich, dass in der Linie meines Vaters also etwas war, woran ich mich erinnern kann, weil ich einmal in seiner Heimatstadt in Russland war, das sah ich, genau das. Ganze Familienzweige sind wie Fliegen gestorben. So wie die Familie von Ahab, die mit der Wurzel ausgelöscht wurde. Und ich sagte, das ist erstaunlich. Mein Vater sagte, wir waren neun Kinder und nur er und seine Schwester haben überlebt. Deswegen, damit ich in diese Welt kommen kann. Und ich wollte unbedingt herausfinden, was da geschehen ist. Ich sah den Zorn Gottes, als Gott diese ganzen toten Frösche aus mir herauszog und sie vor mir so herumwedelte und fragte, was soll ich mit denen machen? Das war verrottet und stinkend, aber ich wusste ganz genau, was es war. Vielleicht war das so eine Art Trance, wie Petrus sie in Joppa hatte. Und ich sagte, nimm das weg von mir, ich hasse das. Und das ging eine halbe Stunde lang so, bis er an die letzte kam. Und ich sagte, nimm es weg von mir. Und es hat sich angefühlt wie ein Gummiband, das immer weiter ausgedehnt wurde. Und dann hat der Herr die Grenze der Dehnungsfähigkeit erreicht. Und als er dieses letzte Ding aus mir herausgezogen hat, hat er mich freigesetzt. Und ich bin wie dieser Stein in dieser Schleuder davon geflogen. Ich habe angefangen zu fliegen. Leicht wie eine Feder. Und jetzt sind es 20 Jahre und ich fliege immer noch. Unbelastet, frei. Und wenn dann Menschen kommen und mir ihre kleinen, kümmerlichen Problemchen da berichten, dann sage ich, du weißt gar nicht, wovon du redest. Das ist so stupend, so cheap, so ehrlich. So ärmlich, so dumm, so irdisch. Wer ist schlechter, wer ist besser, wer ist höher oder niedriger? Wer ist sensibler? Wer wird leichter verletzt? Und wir wissen vielleicht gar nicht, dass wir jemanden verletzt haben, aber sie tragen diese Verletzung in sich. Wir tragen diese furchtbaren Dinge mit uns herum, als ob sie unser Schatz wären. Ich wurde also von dieser Schleuder Gottes weggeschleudert und ich bin nie wieder an den Ausgangsort zurückgekehrt. Obwohl ich gesehen hatte, was in der Vergangenheit in meines Vaters Linie war. und dann hatte ich eine Konfrontation mit meinem Bruder. Und er konnte das nicht aushalten. Er kann die Wahrheit nicht aushalten. Er war dabei zu explodieren und ich konnte nicht weiterreden. Und ich sagte, ich weiß, genau diese Festung hatte ich auch in mir. Aber weißt du, Gottes Zorn kann maximal bis zur vierten Generation gehen. Und du kannst sagen, oh, ich bin jetzt unter Jesus, ich bin unter seinem Blut. Aber egal, wie deine Theologie aussieht, sie wird Gott nicht ändern. Er ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Vielleicht verändert sich dein Glauben. Aber Gott, der Vater, er wird sich nie ändern. Er bleibt der gleiche. Jesus kommt im Namen seines Vaters und lehrt uns, über den Vater. Und deswegen haben wir diese scheinbare Diskrepanz, wo Jesus sagt, ihr seid nicht von Abraham und ihr seid von Abraham zwei verschiedene Gruppen. Deswegen lesen wir in Johannes 8, dass die, die an ihn glauben, im Vers 31 steht, und die, die an ihn glauben, zu denen sagt, ja, geht weiter. Das ist nicht so, dass Jesus sagt, du bist frei und dann bin ich frei und dann ist alles andere egal. Geh weiter. Werde Jünger. Und was ist das Ende der Straße? Unsterblichkeit. Das ist das, was Jesus sagte im gleichen Kapitel. Der, der mein Wort hält, Vers 51, wird den Tod nie sehen. Das sollte der höchste Preis für jeden Menschen sein. Aber dummerweise ist es das nicht. Wer hat es gestohlen? Religion. Die Religion. Die Religion hat diesen frischen, einfachen Glauben gestohlen, mit dem man einfach mit Jesus mitgehen kann. Glauben. Weitergehen. Jesu Jünger werden. So wie wenn man in der Schule ist. Studieren. Lernen. Es gibt kein Ende des Lernens. Du kannst nicht sagen, wie lange wird diese Predigt hier noch gehen? Wie lange willst du mich noch lernen? Wir können mit diesem Lernen nie aufhören. Nur fleischliche Menschen würden sagen, wann hört es endlich auf? Denn es wird nie aufhören. Sausage, mehr Refrigerator, mehr Television. Das ist, was du willst. Was brauchst du denn anstatt dieser Lehre? Brauchst du ein anderes Würstchen noch oder ein wenig Fernsehen? Den Kühlschrank besuchen? Das ist, was ich will. Brauchst du nur Wurst und Bier? Das wirst du immer haben. Du musst natürlich physisch leben und ein wenig Brot essen. Aber es gibt auch ein geistliches Leben. Das wird uns verändern und es wird uns bis dahin bringen, dass sich unser sterblicher Körper verändert. Und unsterblich wird. Glaubst du das wirklich? Ich habe es schon gesagt. Ich glaube das nicht. Nein. Nein, ich glaube es nicht. Aber ich studiere es. Und ich studiere immer weiter, bis ich etwas finde. Denn Studieren, Lernen ist wie etwas Ausgraben. Ich kann es noch nicht sehen, aber ich lasse mich überraschen. Wir denken, dass mit diesem Glauben wir schon wissen, was darin ist. Aber das ist blinder Glauben. Es muss da aber ein zehnder Glauben sein. Der studiert, der weitergeht. Das sind fünf Schritte. Denn wenn du ein Jünger geworden bist, da erlangst du Wissen. Wissen ist über dem Glauben. Dein Glauben und mein Glauben ist die Akzeptanz von etwas, das wahr ist. Wenn ich eine Geschichte erzähle und sage, es ist eine wahre Geschichte, dann glaubst du mir. Jesus sagte, ich bin der, der kommen sollte, der Messias. Glaub mir. Aber sie konnten es nicht glauben. Weil es ein anderer Glauben war. Deswegen ist es einigen gegeben, als Gabe, und anderen ist es nicht gegeben. Er dreht sich zu seinen Jüngern. Und Petrus sagt, wir haben geglaubt, dass du der Sohn des lebendigen Gottes, der Messias bist. Und was sagte Jesus dann zu ihm? Das ist kein blinder Glauben. Mein Vater im Himmel hat es dir gegeben. Seht ihr den Unterschied? Du hast dir das nicht aus den Fingern herausgesaugt, oder aus einer Lehre genommen. Sondern der Geist Gottes kam und hat dir dieses Verständnis gegeben. Jetzt werden wir tiefer gehen. Jesus sagte, sie ist eine Tochter Abrahams. Und alle Kinder Abrahams kennt Gott, denn er kennt ihre Gene. Er sieht, was in ihrem Blut ist. Denn dein Blut ändert sich entsprechend deinem Denken, deinem Verhalten. Bei den letzten Veranstaltungen in der Schweiz nächste Woche wird es um das Blut gehen, auch um das physische Blut. Und das ist ganz erstaunlich. Es ist wissenschaftlich belegt. Was du denkst, was du fühlst, was du sagst, das verändert dein Blut. Entweder zum Besseren oder zum Schlechteren. Das ist alles so zusammenhängend. Wir wissen, dass Blut der Verbinder zwischen der physischen und der geistlichen Welt ist. Alles ist auf das Blut zentriert. Deswegen haben wir so viel über das Blut zu sagen. Jesus hat also gesehen, dass der Zorn Gottes seine Grenze erreicht hat über ihr, vielleicht auch über ihre Familie. Vier bedeutet Kreuz. also eine Veränderung der Richtungen. Vier bedeutet immer Veränderung. Die vierte Generation also muss eine Veränderung hervorbringen, weil in der fünften Generation Gnade ist. Glauben, weitergehen, Jünger werden. Und jetzt die vierte, die Wahrheit erkennen. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber er sagte auch, ich werde zum Vater gehen und der wird euch den Geist der Wahrheit schicken, senden. Und was wird dieser Geist der Wahrheit mit uns machen? Er wird uns führen, leiten, freimachen. Er wird uns lehren und bilden, unser Denken schärfen. und er erinnert uns an alles, was Jesus gesagt hat, damit wir nichts vergessen. Das ist der Geist der Wahrheit. Den kann die Welt nicht empfangen, aber wir können gar nicht genug davon bekommen, wir sollten noch mehr davon bekommen. Freiheit ist die Zahl fünf. Begünstigt, geliebt zu sein, Gnade, Raum, Freiheit. Denn wenn du in einem engen Raum begrenzt bist, dann bist du nicht frei. Aber wenn du viel Raum hast, dann bist du frei. All das steht in der Bibel, wir müssen dem nur Aufmerksamkeit wissen. Die Heiden haben aus diesem physischen Jesus ihren Gott geschaffen. Und sie zitieren dazu Johannes 3,16 und sie werden nie auf dieses Wort gezeugt aufmerksam. Er war gezeugt. Der allmächtige Gott, der Vater, wurde nie gezeugt. Warum ist das so wichtig? Denn wenn Jesus nicht gezeugt wäre, dann ist der Geist Fleisch geworden, dann gäbe es keine Hoffnung auf Unsterblichkeit. Dann gäbe es keine Hoffnung auf Vervollkommnung. Denn Jesus sagte, seid vollkommen, wie der Vater, der im Himmel ist, vollkommen ist. Der Vater ist Geist, der Himmel ist geistlich und er ist vollkommen. So wie der Vater vollkommen ist. Alles, was fleischlich ist, ist nicht vollkommen. Aber das Fleisch kann vergeistlicht werden und damit vollkommen werden. Wie? Das hängt von der Abhängigkeit ab. Von der Abhängigkeit vom Vater. Wenn du niemanden hast, von dem du abhängig bist, wenn du dir selbst genügst, dann ist Perfektion und Überwinden nicht möglich. Versteht ihr diese Dinge? Jesus sieht also, dass diese Frau, die 18 Jahre lang gebunden war, sie war gebeugt, 18 Jahre lang, Das heißt, ihre Wirbelsäule war auf diese Weise schon zusammengewachsen und es gibt keine Möglichkeit, das wieder gerade zu bringen. Und er gebraucht jetzt Satan, er sagte, die Satan gebunden hat, 18 Jahre lang. Wir gehen einen Schritt zurück. Wer hat Satan erlaubt, das zu tun? Gott. Denn er ist allmächtig. Der zweite Schritt, warum? Weil er die Missetaten der Väter bis ins dritte und vierte Glied an denen besucht, die ihn hassen. Das heißt, du brauchst eine ganze Menge Information im Hintergrund wissen, bevor du etwas auf die richtige Weise erkennen kannst. Jesus sagt, ich komme vom Vater und ich gehe zurück zum Vater. Und dann sagt er, wir werden kommen und wir werden mit dir essen. Und das kann niemals bedeuten, ich komme aus mir selbst und gehe in mich selbst hinein wieder zurück. Ist das klar? Er sieht den Vater und der Vater sagt, jetzt! Und er hat sie befreit. Satan hatte damit gar nichts zu tun, er war nicht mal dort. Aber er ist für den Zorn Gottes verantwortlich. Genauso wie er das bei Hiob getan hat. Genau wie Gott sagte, du kannst so weit gehen, aber nicht mehr weiter. Jesus kam also, um uns von dem Zorn Gottes in den verschiedensten Formen zu befreien. Er hat es vor dem Kreuz getan und nach seiner Auferstehung macht er das immer noch. Es ist sein Geschäft, uns zu befreien, uns zu lösen. Und es gefällt ihm ganz sehr, dich frei zu machen. Einige werden das eher bekommen oder spüren, andere später. Und einige haben beschlossen, weil du nicht genug Glauben hast, brauchst du erst mal noch viel mehr Glauben. Nein, du brauchst mehr Wissen direkt vom Herrn. Du kannst bitten und beten und er wird es dir offenbaren. Wie viele Geschichten habe ich schon gehört, dass an diesem Tag wirst du geheilt sein. Da war eine Frau, die hatte Krebs und der Herr kam zu ihr und sagte, an diesem Tag werde ich dich heilen. Der Tag kam und sie war bereit, hatte sich fertig gemacht, angezogen für Jesus und er kam und heilte sie. Und weiter, ihr habt von Nepal, von dem Erdbeben gehört, in diesem Land dort, in diesem Land dort war ein Missionar, ein Bruder, in seinem Gebet erschien Jesus ihm, weil Jesus sagte, so wie der Vater Leben in sich hat, hat er die Kraft, die Macht des Lebens in seinem Sohn gegeben, um dich aufzuerwecken oder zu richten. Ja, das ist in dem Evangelium der Wahrheit, in dem neuen Buch, schön beschrieben. Und der Mann sagte dann zu seiner Frau, dass an diesem besonderen Tag Jesus kommen würde und würde ihn wie Henoch mitnehmen. Der Tag kam und sie standen alle in einem Kreis und haben gebetet und auf einmal war er weg. Nur seine Schuhe standen noch da. Wo er stand, ist er auf einmal weg gewesen, nur seine Schuhe standen noch da. Diese Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben, diese vorbestimmten Zeiten zu kennen. Das sind echte Dinge. Jesus sagte, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich werde wiederkommen. Und er kam. Wann kam er? Das ist richtig, der Heilige Geist kam. Am Pfingsttag. Was machen wir jetzt mit diesem Geist von Jesus? Er ist unser Bruder. Wie hast du Gemeinschaft mit dem Erstgeborenen? Johannes 14, Vers 16 bis 21. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Helfer geben. damit er mit euch sei für den Rest eures Lebens und darüber hinaus. Der Heilige Geist kommt nicht auf diese Erde nur für ein paar Jahre und dann geht er zurück. Der Heilige Geist kommt nicht auf diese Erde ein paar Jahre zu Besuch und verschwindet dann wieder. Wenn diese Barriere zwischen dem physischen und dem geistlichen Raum einmal durchbrochen sein wird, dann kann der Heilige Geist nicht mehr zurückgerufen werden. Keine Gabe kann zurückgerufen werden. Keine Salbung kann zurückgerufen werden. Das beginnt irgendwann und ist für immer, für ewig. Da hört nichts auf. Aber um uns an den Punkt des Durchbruchs zu bringen, Das braucht einige Zeit. Die Jünger haben also nach der Auferstehung ungefähr 50 Tage gewartet, von Passau bis zu Schavuot sind 50 Tage. Und da waren ungefähr 10 Tage am Anfang, in denen Jesus erschien und wieder verschwand. 10 ist Göttlichkeit. Die 10 gehört Gott. Und dann war diese sogenannte Himmelfahrt, ich habe das schon erklärt, dass er nicht nach oben in den Himmel entschwunden ist, sondern dass er in eine Wolke hineingegangen ist und nicht mehr sichtbar war. Es steht geschrieben, dass die Jünger nach oben geschaut haben. Jesus war keine NASA-Rakete, die mit einem großen Feuerschweif gen Himmel gerast ist. Das ist nur unsere Vorstellung. Er ist in diesen geistlichen Raum hineingetreten und war weg und er kam aus diesem geistlichen Raum herausgetreten und war wieder sichtbar. Und jetzt gehen wir zurück zu 1. Mose 3. Wir gehen zu 1. Mose 5, da wo Seth geboren wurde. Seth war der Ersatzsohn. Cain hat Abel getötet. Und ein paar Jahre später hat Gott, Adam und Eva einen Ersatzsohn gegeben. Und dieser Sohn hieß Tröster. Die Kenitter haben Jesus umgebracht. Jesus ist von den Toten auferstanden und er hat uns Seth geschickt, den Tröster, der für immer bei uns sein wird. Und er reist nicht im Auto. Er ist allgegenwärtig, aber du kannst ihn mehr oder weniger auf dich ziehen. Das hängt von deinem Hunger ab. Das ist die Tatsache. Er ist also ein Helfer. Im griechischen Parakletos. Das heißt, er geht neben dir, um dir Gesellschaft zu leisten. Es gibt eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und es gibt eine Taufe mit dem Heiligen Geist. Und diese Taufe im Heiligen Geist ist nicht das gleiche wie die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist ein Gewand der Kraft. Wartet, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Er wird begleitet. Und dann geht und predigt. Mach das nicht vorher. Es waren also diese ungefähr 40 Tage, die sie auf den Heiligen Geist gewartet haben. Sie hatten diese Kraft des Heiligen Geistes noch nie erfahren. sie hatten nur den physischen Jesus gesehen. Die Kreuzigung, die Auferstehung. Und sporadisch hier und da sahen sie Zeichen und Wunder. Und dann sagt Jesus, ich gebe euch diesen Tröster, der euch Gesellschaft leistet. Und ihr müsst meine Zeugen werden auf der ganzen Welt. Und um diese Aufgabe erfüllen zu können, müsst ihr äußerlich mit Kraft aus der Höhe bekleidet werden. Also haben sie gewartet. Ihr kennt die Geschichte. Und der Heilige Geist kam. Und sie haben kühn das Evangelium verbreitet. Das haben sie vorher nicht gemacht. Sie hatten vorher nämlich Angst. Ich glaube, wenn du mit dem Heiligen Geist gefüllt bist, dann fängst du an, diese neun Früchte des Geistes hervorzubringen. Viele Menschen haben das alles durcheinander gebracht. Es gibt zwei verschiedene Erfahrungen. Die äußerliche Erfahrung, begleitet zu werden, ist für das Zeugnis. Um unmögliche Dinge zu tun. Aber mit ihnen kommt auch die Kommission. Und damit kommt aber auch dieses Gebot. Wenn sie dich nicht annehmen, dann schüttel den Staub von deinen Füßen und geh woanders hin. Wenn du keinen Menschen des Friedens findest, dann schüttel den Staub von deinen Füßen. Aber wenn du einen findest, dann bleib dort und mach aus diesem Haus ein Erweckungszentrum. Heile die Kranken, wecke die Toten auf, reinige die Aussätzigen. Lehre und predige. Dann hast du eine Öffnung dort. Weißt du, wie oft ich mit dieser Macht kam, zu heilen, aufzuerwecken und zu reinigen? Aber niemand will es. Ich ging in die lutherischen Kirchen, die mich aufgenommen haben. Die haben Zeichen und Wunder gesehen, die sie vorher noch nie gesehen haben. Bis der Pastor sagte, wo hast du diese Gabe her? Wenn ich sage, sie wollen nur diese Gabe der Macht für sich selbst. Aber das ist eine ganz falsche Haltung. Ich sagte, ich fragte mich und ihn, bist du nicht dankbar, dass deine unheilbar kranke Frau jetzt gesund ist? Aber wenn sie anfangen, in den Wettstreit mit dir zu treten, dann betrüben sie den Heiligen Geist in mir. Und ich habe keine andere Möglichkeit mehr, als den Staub von meinen Füßen zu schütteln und zu gehen. Das ist das Gebot. Mit dem Heiligen Geist gefüllt zu sein, bedeutet, die neun Früchte des Geistes hervorzubringen. Deswegen bin ich in den Lehrdienst gegangen, weil die Deutschen mich dazu gezwungen haben. Und das ist etwas anderes. Das ist nicht evangelisieren, in die Städte und Dörfer gehen und etwas Neues und Frisches machen. Wir hatten in Altenburg eine große Erweckung. Sie haben sie gestoppt. Und mich rausgeschmissen. Und ich bin immer noch raus. Aber das ist kein schönes Leben, was ich da habe. Und immer und immer wieder die gleiche Sache. Und Gott sagt, ich werde ihnen nicht länger gestatten, Spiele zu spielen. Sie werden lernen müssen, dass es einen Gott gibt und dass es eine Furcht Gottes gibt. Genau das ist der Gemeinde geschehen, nachdem Ananias und Sapphira gestorben waren. Die Furcht Gottes kam auf die Gemeinde. Und auch an anderen Orten, wo ich hinkam, kam die Furcht Gottes. Wir haben den Helfer, wir haben den Tröster, den Heiligen Geist. Das ist der Geist von Jesus. Aber er ist auch ein Geist, der Gericht ausübt. Denn es ist der Geist von Jesus. Jesus sagte, all judgment is given to me. Jesus sagte, mir ist alles Gericht gegeben. Der Vater hat es mir gegeben. In the same way as I can judge you unto death, I can resurrect you, I can transform you, I can give you life immortal. Und genauso wie Jesus sagt, ich habe die Macht, dich zum Tod zu verurteilen, genauso kann er dich auch zur Unsterblichkeit verwandeln. mit der gleichen Kraft. Auf die eine oder andere Weise. Und Gott sagt, wähle. Ihr solltet dieses Buch wirklich sorgfältig lesen. Und wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr immer mehr studieren. Der Heilige Geist wird es euch zeigen. Wir haben den physischen Jesus, der für unsere Sünden sühnt. Das heißt, er bedeckt unsere Sünden. Er tut Fürbitte vor dem Vater. Und während er das tut, was geschieht da? Der Heilige Geist kommt und lehrt uns. Er bereitet uns vor. Es hat nichts mit Glauben und Glauben zu tun und glaubst einfach und setz dich hin. Er leitet uns. Er lehrt uns. Er geht mit uns. Er tröstet uns. Er hilft uns. Es ist der gleiche Jesus, nur in geistlicher Form. Was er vor dem Kreuz getan hat, macht er heutzutage noch viel mehr. Mit ihm Gemeinschaft haben. Verdamme dich nicht selbst, dass du nichts fühlst oder erfährst oder lebst. Das ist unwichtig. Was du gehört hast jetzt, reicht. Es kommt ganz darauf an, wie tief es geht, welchen Bereich es erreicht. Wenn du das passiv annimmst, dann ist das so weit, wie es geht. Aber wenn du das mit Verlangen annimmst, mit Verlangen, dass du das willst, bedeutet etwas gewaltsam in Besitz nehmen. Das Königreich Gottes leitet Gewalt und die Gewalttätigen nehmen es mit Gewalt an sich. Die Germanen, die haben diesen Umpf verloren. Sie haben es bei den falschen Dingen verloren. Sie haben es bei Krieg und bei Hitler verloren. Und sie verschwenden das im Antisemitismus. Aber wenn es um Gott geht, um Religion, da ist Passivität. Und deswegen kommt nichts in sie hinein. Das ist nur schön und es kitzelt die Ohren. Ich werde euch einen anderen Helfer geben. Wenn du dieses Wort Helfer hörst, dann ist es dieses griechische Wort, was genauso auch Tröster oder jemanden, der die Gesellschaft leistet. Und wenn du hörst, einen anderen, dann ist dieser andere eben der Ersatz für den physischen Jesus. Nicht Abel, sondern Zed. Und im Gesetz heißt, dass zwei Ziegen gebraucht werden für die Sühneopfer. Eins wird geschlachtet. Dem anderen wird das Blut dieses Geschlachteten aufgelegt und es wird freigelassen. Wovon redet das? Wenn du eine Ziege oder einen Steinbock tötest, dann ist er tot. Den kannst du nicht mal auferwecken. Deswegen ist dieser zweite da, der symbolisiert die Auferstehung von Jesus. Und das Blut sind die Sünden der Israeliten und dieser zweite Ziegenbock wird in die Wüste geschickt. Er trägt die Sünden der Israeliten weg. Und all das steht in der Bibel. Wir werden aber nicht ganz so tief da hineintauchen. Das würde noch vielleicht sechs, sieben Jahre dauern. Es sollte nicht als intellektuelles Wissen aufgenommen werden. Es ist etwas, das in deinem Herz. Sondern etwas, das in deinem Herzen, in deinem Denken, in deiner Seele ist. Damit er mit euch sei für immer. Das heißt, er möchte diese Erde ja gar nicht mehr verlassen. Wenn du stirbst und begraben wirst. Der Heilige Geist wollte Elisa nicht verlassen. Er hätte seine Salbung dem Nächsten weitergeben sollen. Aber er hat es nicht getan. Und der Heilige Geist, der schwebt immer noch selbst über diesen Totenkörper. Und als ein toter Mann, der da vorbeigetragen wurde, in das Grab von Elisa hineinfiel, musste er auferweckt werden. Denn das auferwecken ist das Werk des Heiligen Geistes. Es gefällt ihm, Tote aufzuwecken. Es gefällt ihm, dich zu heilen. Es gefällt ihm, deine Taschen schwer zu machen. Er kann es kaum erwarten, dich zu segnen. Also rennt nicht zu schnell zum Arzt, rennt zuerst mal zu ihm. Aber du brauchst gar nicht weit zu rennen, denn er ist genau hier. Ich kann euch zeigen, wie das bei mir ist. Am Anfang ist alles ganz normal an meinem Körper und wenn ich dann Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist habe, dann stellen sich meine Haare auf, dann ist ein kühler Wind über meinen ganzen Körper und ich bin in geistlicher Ekstase. Er ist niemand, der Türen eintritt. Du musst ihn einladen. Du musst mit ihm Gemeinschaft haben wollen. Du darfst nicht denken, ich bin so wichtig, dass er zu mir kommen muss. Gott sagt, kommt ihr erst zu mir, dann komme ich zu euch. Warum müssen wir das zuerst machen? Weil wir alles schon haben. Aber wenn du das nicht wertschätzt, wenn du das nicht annehmen kannst, dass du schon alles hast, dann musst du auf etwas anderes, auf mehr warten. Dann musst du das benutzen, was du hast. Du musst dann erst einmal alles reinigen. Zuerst müssen wir erst alles reinigen, um das Neue dann zu empfangen. Und wir können nichts mehr empfangen, weil wir das gar nicht mal benutzen, was wir bereits haben. Und damit betrügen wir uns und besiegen wir uns selbst. Wir setzen uns selber matt. Du hast die Macht, ich habe die Macht. Das ist warum Jesus sagt, Gott hört euch nicht wegen eurer langen Gebete. Er hört euch nicht wegen der vielen Worte. Deswegen sagte er auch nicht, geht und betet für die Kranken. Heilt sie einfach, weil du alles bereits hast. Wenn jemand nicht geheilt werden will, dann kannst du ihn natürlich nicht zwingen dazu, denn es ist das Werk des Heiligen Geistes. Er ist ein Gentleman. Er sagt, find me a man of peace. Find an opening first. Er sagt, findet einen Mensch des Friedens, eine Öffnung. Nur wenn ich eingeladen werde, dann kann ich kommen. Aber wenn du denkst, dass du Zeichen und Wunder durch den Heiligen Geist mit einem Fingerschnipsen machen kannst, dann liegst du falsch. Das ist wirklich falsch. Das haben sie auch mit Jesus versucht. Zeig uns noch ein Zeichen. Sag uns ganz klar, dass du der Messias bist. Jesus wartete darauf, dass der Vater es ihnen offenbarte. Der Vater hat es ihnen aber nicht offenbarten. Und so musste Jesus Schluss folgern, ihr seid nicht meine Schafe. Auf Wiedersehen. Dann sagst du, das ist aber nicht richtig. Erzähl das Gott mal. Wir haben es nicht mit unserer Kraft zu tun, sondern mit seiner Kraft. Wenn also eine Öffnung da ist, wenn ein Friedensstifter sein Haus öffnet, dann geht er hinein. Und dann ist es ganz einfach, die Toten aufzuerwecken, die Kranken zu heilen. Jesus sagte ihnen, ihr werdet größere Werke tun, als die, die ich tue, weil ich zum Vater gehe. Die Religion hat uns das geraubt. Wir haben Jesus wie eine Statue auf einen Potest gestellt. Und sie haben sich erlaubt, dass sie die Erklärung hatten, dass Jesus Gott in der Fläche ist. Und sie gefallen sich in ihrer eigenen Offenbarung, dass Jesus der Fleisch gewordene Gott ist. Und sie können nicht weitergehen, als zu sagen, er hat Sympathie mit unserer Schwäche. Denn er war ja auch auf dieser Erde, auch er hatte Hunger und Durst. Oh, was für ein kraftloser Jesus. Er hat nur Sympathie. Alles, was du brauchst, ist Sympathie? Das ist ein kindlicher Trost. Jesus sagt, ich gebe euch die Macht. Ihr werdet größere Werke tun, als die, die ich getan habe. Nein, 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 du bist doch der Superstar hier. Denn ich kann doch nicht Stolz werden. Aber das hat mit Stolz doch gar nichts zu tun. Wir haben uns selbst gelähmt. Wollen wir etwas dagegen unternehmen? Veränder dieses Wort dich. Werdet ihr diese CD jemandem anderes geben? Oder wirst du alles für dich selbst behalten? Ich brauche keine tausend Menschen. Die tausende werden kommen. Der Ruhm wird kommen. Die Millionen werden kommen. Es ist alles auf dem Weg. Und wir werden nicht sterben, weil der Heilige Geist hier mit uns ist. Und wir werden nicht sterben, weil der Heilige Geist hier mit uns ist. Wir müssen unsere Aufgabe erfüllen. und nicht faul sein. Wenn er sagt, er wird für immer mit euch sein, dann meint das auch für immer. Du musst nicht entschlafen und auf die Auferstehung warten. Wenn du das machst, dann hast du den Heiligen Geist nicht. Ich weiß, dass das eine hohe Lehre ist. Aber es hängt ja nicht von dir ab. Es hängt von ihm ab. So viel Raum, wie du ihm gibst, so viel wird er nehmen. Ich habe vorhin schon einmal gesagt, ihr müsst nicht schnell zum Arzt rennen, sondern du kannst zum Heiligen Geist rennen und da ist es nicht weit, weil er genau hier ist. Einige haben das schon bewiesen. Wenn du zuerst zum Heiligen Geist gehst, wenn du zuerst zum Heiligen Geist gehst, er hat es schon mal erfahren, er hat euch wiederhergestellt, geheilt. Und das bedeutet für immer. Wiederholt. Der Heilige Geist wird nicht alt. Ihr werdet vielleicht alt. Er wird auch nie traurig, höchstens du. Jesus sagte, ich bin hier und ich bin mit euch, um euch Freude zu geben. Die Fülle der Freude. Das ist deine Freude. Wenn du das Seat der Freude nimmst, diese Freude wird komplett vollkommen. Damit deine Freude vollkommen werde. Wenn du diese Saat einmal annimmst, dann wird deine Freude vollkommen werden. Und dafür hat Jesus bezahlt. Er hat für deinen vollkommenen Frieden bezahlt. Für deine vollkommene Freude. Er hat für die vollkommene Liebe bezahlt, die alle Furcht austreibt. Wir haben das alles. Wir haben dem nur keine Beachtung geschenkt. Wir nehmen das als etwas Gewöhnliches. Aber es ist wie Weihnachten, jeden Tag Weihnachten. Es ist dieses Paket da, mit einer großen roten Schleife, drauf. Es ist ganz besonderes. Es ist etwas Besonderes für dich. Du musst immer damit beschäftigt sein, es auszupacken. Und sag nicht, dieses Paket, das steht schon 30 Jahre bei mir rum. Das nächste Mal ist es irgendwo auf deinem Boden gelandet. Und dann sagst du, ich hatte doch irgendwann dieses Paket mal vor 30 Jahren. Jetzt müsste es eigentlich irgendwie auf dem Boden stehen. Wir sammeln Staub. Der Heilige Geist tut das nicht. Also müsst ihr putzen, reinigen. Euch erinnern, wiederherstellen. Und wenn du das tust, dann ist er genau da, dann wartet er auf dich und ist er da. Und dann geht er etwas den Rücken hoch und runter. Und dann willst du anfangen zu tanzen und dich zu freuen. Wenn ich manchmal fahre, dann denke ich, Herr, ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich so sehr. Und wenn ich in der Nacht aufwache, dann sage ich, ich liebe dich. Es ist so wunderbar. Warte nicht, dass irgendetwas auf dich herabfällt. Erinnere ihn daran, hänge dich an ihn, sag ihm diese Worte. Geh mit ihm. Genau so ist Henoch mit Gott gegangen. Er ist Gott nicht gefolgt. Das klingt so gut. Herr, ich bin immer einen Schritt hinter dir. Denn du bist ja der Superstar. Aber Jesus sagt, nein, wir sind doch Brüder. Geh mit mir. Wir gehen im Gleichschritt. Warum hinterherlaufen? Warum vorneweg sein? Mit Gott gehen bedeutet. Mit Gott gehen. Das heißt, er ist nicht weit weg. Das ist der Betrug in unserem Denken. Er ist mit uns, in uns. Konstant. Immer. Für immer. Für ewig. Für die Ewigkeit. Ist das nicht wunderbar? Das ist die Gegenwart von Jesus. Das ist das, was er am Kreuz für uns gewonnen hat. Und das ist der Geist der Wahrheit. Was lernen wir? Die Wahrheit. Und was macht die Wahrheit? Die befreit uns. Wovon? Von dem Alten, was uns binden will. Und dann gehen wir in Freiheit. und die, die dich gebunden haben, werden sagen, ach komm doch wieder her, damit ich dich wieder anketten kann. Wir wissen, dass du jetzt frei bist, aber wir wollen dich wieder haben. Wir wollen dich wieder festbinden. Das ist die alte Theologie. Das ist wie wenn man sagt, der Teufel will dich zurückhaben. Aber du musst ihm widerstehen. Nein, lehre diese Knallköpfe, was Freiheit bedeutet. Set sie frei. Set sie frei. Warum? Weil du frei bist. Sie wollen dich für sich haben, aber wie wäre es, wenn du sie für dich gewinnst? Gott hat zu Jeremia gesagt, was diese da betrifft, sie müssen zu dir kommen, weil du nicht zu ihnen gehen kannst. Heißt, dich nicht auf ihre Ebene begeben kannst. Das heißt, du hast das lebendige Wasser. Du hast die Freiheit. Du hast das Wort. Und du hast die Macht. Deswegen kannst du nicht zu ihnen gehen, sondern sie müssen zu dir kommen. Sie werden verlieren. Du kannst nur dorthin gehen, um dein Licht scheinen zu lassen. Das ist unsere Verantwortung. Die Welt kann den Geist der Wahrheit nicht empfangen. Das Wort kann nicht bedeutet, es ist nicht möglich. Und dieses Nicht-Können bedeutet, sie ist unfähig dazu. Sie haben die Fähigkeit nicht. Sie wollen nicht frei sein und sie wollen nicht, dass du frei bist, weil sie nichts haben. Weil die Welt ihn nicht sehen oder kennen kann. Denn die Welt ist physisch, sie wollen immer etwas zum Anfassen haben. Aber du kennst ihn, denn er ist mit dir und er ist in dir. Das ist immer noch Johannes 14, 16 bis 21. Wir waren gerade beim Vers 17. Jesus ist hier und ist immer noch damit beschäftigt, uns zu befreien. Und jetzt kommen die Verse 18 bis 21. Damit werden wir schließen. Jesus sagte, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Vers 19. Nach einer kleinen Zeit wird die Welt nicht mehr physisch Vers 19. Noch eine kleine Weile, dann wird die Welt mich physisch nicht mehr sehen. Aber ihr werdet mich sehen. Wie werdet ihr mich sehen? Weil ich lebe. Und auch ihr werdet leben. Ich habe euch die Unsterblichkeit erkauft. Wie werdet ihr mich sehen? Durch den Geist des Lebens. Diesen Geist des Lebens hat die Welt nicht. Die Erlösung setzt diese Extra-Dimension des Geistes frei. Wir werden bei der nächsten Veranstaltung darüber reden. An diesem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin. Ihr werdet es erkennen, nicht glauben müssen. Das ist eine Veränderung. Das sind die Details, auf die es ankommt. Dass ich in dem Vater und ihr in mir sein. Ihr hört den Ausdruck der Leib Christi. Wir sind der Leib Christi. Wir sind in ihm. Und ich in euch. Das ist ein Wesen. Ein Körper. Deswegen sagte ich, wir haben bereits alles. Vers 21. Wer mein Gebot hat und es hält, der ist es, der mich liebt. Von diesem Wissen gehen wir weiter, es einzuhalten. Wir haben das Glauben schon lange hinter uns gelassen. Don't exalt faith so much because faith is just an entry. Afterwards comes knowledge. Then comes the keeping. Faith without works is dead. Ihr solltet dieses Glauben nicht zu sehr erheben, denn nach dem Glauben kommt das Wissen, das Erkennen und dann kommt das Einhalten. Und nur wenn du etwas hältst, wenn du etwas tust, dann stempelst du dich mit einer Tat. Und dadurch verändert sich dein Blut. Everything. The metals begin to be changed. The percentages of those metals are different. Die Metalle im Blut beginnen sich zu verändern, die prozentualen Anteile. The flow of your blood changes. Der Blutfluss ändert sich. A lot of things are being changed. And I'll give you that information but for appropriate time in Switzerland. Und ihr werdet diese Informationen alle erhalten zur bestimmten Zeit in der Schweiz. So he who has my commandments and keeps them. You have to have them first. Man muss also erst seine Gebote haben. Yeah. Someone has to teach them. You have to maybe read about them or get them. Du musst sie lernen. Jemand muss sie dir geben oder du musst sie lesen. Keep them. Sie halten. And he who keeps them and not the one who knows them or has them or believes in them but he who keeps them really loves me. Und der, der sie hält, nicht der sie glaubt oder der sie kennt, sondern der, der sie einhält, der ist es, der mich liebt. What's that love? Und was ist diese Liebe? I love you, I love you, I love you. I love you too, I love you too, I love you too. Ich liebe dich, ich liebe dich und ich liebe dich auch. Das ist Einheit. Die Liebe macht eins. Und wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und jetzt gehen wir geradewegs zum Chef, diesem allmächtigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir werden seine Liebe haben. Er wird mich lieben. Das ist explosiv. Manchmal ist es zu viel. Es gibt Mechanismen, die diese Liebe für dich aktivieren. Ich habe sie entdeckt. Und das leitet dahin, dass er dich so sehr liebt, dass er irgendwann sagt, und nichts und niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Paul sagt, wer kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus offenbart ist? Pest oder Krankheit? Oder ein Schwert? Der Tod? Nein! Aber dann sagst du, aber Paul ist doch auch gestorben. Und Petrus. Und von Johannes wissen wir es nicht so genau. Und Philippus wissen wir auch nicht. Wegen Johannes 3, Vers 8. Er, der aus dem Geist geboren ist, ist aus einem anderen Ort, aber er sagt, es ist wie Wind. Niemand weiß, wo er aus kommt und wo er geht. Dort steht, wer aus dem Geist geboren ist, das steht an einer anderen Stelle, der ist wie Wind, niemand weiß, wo er herkommt und wo er hingeht. Sie haben Jesus beschuldigt, weil er Abraham gesehen hat. Du bist ja noch nicht mal 50 Jahre alt und du willst Abraham gesehen haben. Und dann sagt Jesus, wenn ihr meine Worte haltet, werdet ihr den Tod nicht sehen. Oh, das ist ja noch schlimmer. Abraham ist da auch gestorben. Isaac und die Propheten sind gestorben. Und du sagst, was machst denn du aus dir? Ich bin. Der Vater wird hereinkommen. Der Vater wird dich nehmen. Und dann sagst du, ich bin. Das ist sein Verlangen. Wir waren einmal bei Gott als Einheit. Und es hat ihm gefallen, uns in diese Welt zu schicken. Und dann gibt er uns die Entdeckung, wer wir sind. verschluckt, as you say in German, from this revelation. Und wir sind so eingenommen von dieser Offenbarung. He says, really? That's unbelievable. Wirklich? Das ist ja unglaublich. Und dann begeben wir uns auf die Reise. Tell me, which direction? Welche Richtung? Es gibt vier Richtungen. West, east, north, south. Which direction? Es gibt süden, östen, westen, northen. In welche Richtung gehst du? Back. Zurück. Not forward. Nicht vorwärts. Wir gehen rückwärts, weil je weiter wir an der Zeit zurückgehen, desto näher kommen wir der Wahrheit, desto näher kommen wir dem ursprünglichen Plan Gottes, der eine Einheit mit uns wollte. Darum geht es in der letzten Reformation. Es geht nicht darum, was später geschieht, sondern es geht darum, was vor dieser Verschmutzung geschehen ist. Um reformiert zu werden, musst du zurückgehen und Gott in seiner ursprünglichen Herrlichkeit sehen, ohne die Religion. Das ist unsere Richtung. Da gibt es kein Sterben. Da wird man vielleicht etwas älter, um mehr Respekt zu bekommen. Aber das ist alles. Ich glaube, ich habe jetzt mehr Respekt. Und der, der mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben. Und ich werde mich ihm zu erkennen geben. Ich werde mich selbst, ich selbst werde mich so kennengeben. Wir kennen Jesus, aber es ist noch nicht das Wissen, was er will, dass wir es haben. Wir kennen Gott, aber es ist noch nicht dieses Wissen, was wir haben sollten. Wir kommen dorthin. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass ich euch das mitteilen kann. Denn wie es zu euch geht, kommt es auch zu mir zurück und segnet mich. Amen? Amen. Halleluja, Lord, wir danken dir für diese kostbare Zeit. Wir danken dir für die Sühnung und für die Auferstehung. Aber über allem danken wir dir dafür, dass du uns den Heiligen Geist geschickt hast. Denn er ist jetzt genau hier. Heiliger Geist, du bist jetzt hier. Nichts ist unmöglich. Alles, was du brauchst, das kannst du ihm jetzt sagen. Denn er ist hier. Er ist in dir. Er ist in deinem Herzen. Lächle mal darüber. Sei glücklich deswegen. Leg deine Hände auf dich selbst. Ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Ich fühle dich. Ich spüre dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Jesus, der Geist meines Bruders. Halleluja. Amen. Danke, Herr. Danke, Herr. Ist das nicht wunderbar? Es ist gut, in seiner Gegenwart zu sein. Amen. Amen.